Am Flughafen Frankfurt hat man am Wochenende mal den Blick etwas weiter geworfen. Von der Luft in den Weltall. Bei den Space Talks. Eine spannende Diskussionsrunde für Öffentlichkeit und Medien. Mit dem ESA-Generaldirektor Jan Wörner und dem deutschen ESA-Astronauten Thomas Reiter sowie weiteren Experten von ESA und Fraport. Runway Approaches, Minimum Noise Rules etc. So there is a lot of space in Aviation.